Da sind das noch diese Armbrustschützen, das weiß ich noch. Ist hier noch irgendwas? Ich kann mich nicht an diese Gargoyles erinnern. Oh nein, die Armbrustschützen sind sich einfach runtergekommen. Ha, ich weiß nur, dass die Gargoyles irgendwie glaube ich ein extra Boss waren. Dafür brauchte man glaube ich irgendetwas. Da ranne ich mich noch. Ich bin aber noch nicht sicher, ob mir die DLCs machen sollen. Das ist das einzige Problem, was ich mit Dark Souls 2 habe, weil ich bin kein Fan von den Kack-DLCs. Das ist so ein bisschen problematisch. Die DLCs sind echt nicht meine Kragenweite. Ich will ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwo diese komische Zweigen kaufen können. Bestimmt nicht bei denen. Ich würde mich sehr überraschen, wenn es bei denen das geben würde. Bei dem bestimmt auch nicht. Wir können hier sind bei ihm hier nachschauen. Aber ich glaube, der hat auch nicht wirklich... Ist ja kein richtiger Cremor-Laden. Cremor. Ist eigentlich jetzt... Okay, schön. Ist eigentlich der Typ hier da? Der Kathograf. Das Ding ist, wir sind jetzt mit Castlevania durch. Also ich müsste das noch in die Liste eintragen. Fällt mir gerade ein. Ich muss Castlevania noch in die Liste eintragen. Eigentlich steht der Kathograf meistens immer hier. Hm, weird. Ich bin mir sehr sicher, dass wir ihn nicht getötet haben. Eigentlich könnten wir auch hier rum dort klampen. Aber ich glaube, das ist noch zu früh. Dann gehen wir mal ganz kurz... Wir bräuchten... Drei Düftzweige. Drei Düftzweige brauchen wir. Wo waren die denn? Hier ist die Händlerin. Wir könnten auch Daxo 2 nochmal wieder Fist Uni machen. Das hätte ich auch wieder voll Bock drauf. Aber es gibt es, dass wir dann sowas extra Video machen. Daxo 3 nur mit Faust. Weiß ich nicht. Hast du denn noch sowas? Nein, du hast bis einmal das gehabt. Fuck. Schade. Hm. Lively. Achso, ich habe außerdem auch... Die Lautstärke ein bisschen runtergedreht. Weil die war ja immer zu laut. Ich bin gleich wieder da. Oh boy. Am liebsten. Die Lautstärke ein bisschen runtergedreht. So, warum setze ich meine Kopfhörer auf? Das macht keinen Sinn. Was wollte ich denn eigentlich, was wollte ich denn eigentlich skillen? Ach, anpassen habe ich gerade geskillt. So. Dann wird es anpassen fertig. Weil da brauchen wir das gar nicht hoch machen. 22 reicht aus. Stimmt, die Steine können wir noch benutzen. Ja, das können wir auch noch machen. Wir haben 18 solche blauen Augöpfel. Cool, cool. Reicht 3000, um selber aufzusteigen? Nee, wir brauchen schon 8000 Seen. Oh boy. Na dann. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal runde in die Tiefe und zur Sünderin. Das ist halt unser nächstes Ziel. Könnte man nicht einfach hier runterjumpen? Aber wir haben ja den Katzenring. Eigentlich sollten wir keinen Damage kriegen. Das war Ebene 1. Und noch eine Ebene. Ebene 2. Und hinten aufräumen, macht halt immer noch am meisten Spaß. Hast du wirklich gegen die Wand geschossen? Also falls wir noch solche Luftzweigen finden, die Ruinenwäsche würde ich schon gerne machen. Sind sie ja in die wir kriegen. Okay, ich nehme die Leichen mit. Kein Problem. Da liegt ein Objekt. Das hätte ich gerne. Blutungsmesser. Das hätte ich mir jetzt sparen können. Ich schicke schon mal den Aufzug nach oben, weil ich weiß, dass ich bestimmt hier sterben werde. Weil ich habe keine Ahnung, was hier lungert. Ich habe da gerade irgendetwas gesehen. Oh, ich sehe. Oh, ich sehe das. Ich sehe ich. Okay. Oh, ich sehe das noch mal zu. Oh, okay. Gut, ich sehe den Aufzug nach oben geschoben. Okay, eine Recycling des Bosses hier. Nice. Die Frage ist, ist er dann tot oder lebt er dann weiter? Das ist neu, weil ich im Original Dark Souls war ja die Schleime. Waren das die Schleime, die da unten waren? Ich glaube, das war die Schleime. Äh, einmal hier runter springen. Ach, der Katzenring. Ich liebe den Katzenring. Der Katzenring ist immer noch das... Das, was ich für meine Meinung noch am meisten lohnt. Oho, der hört mich noch nicht. Achso, wir haben die Rüstung von Anri an, von Dark Souls 3. So, ne, mal so kleine Nebeneffekte. Das ist halt die Rüstung, die Anri trägt in Dark Souls 3. Los halt mit geschlossenem Desir. Und ein bisschen dünner. Oder hat sie... Ich glaube, entweder hat sie die Elite-Rüstung oder sie hat die Rüstung. Eins von beiden hat sie auf jeden Fall. Schön, wie der Geist so da hingeht und dann wieder zurückgehst. Ja, ja. Musst du bitte herkommen? Oh, nice. Weiß nicht, was ich besser finde. Denn finde ich den Typen geiler mit den Kollen oder ich finde den Schwerstchen geiler. Jetzt finde ich den Typen mit den Kollen besser. Wo kommst du jetzt her? Ich glaube, der ist tot danach. Wahrscheinlich. Sie haben es definitiv schwerer gemacht, finde ich. Hm. Bei Dark Souls 3 standen ja hier oben drei Arme, Brustschützen, statt nur dieser eine hier. Ich weiß gar nicht, ob die... Ich finde, die haben eigentlich sehr gute Arbeit gelassen jetzt hier mit, mit dem Teil, tatsächlich. Oh Gott, das hätt ich nicht machen sollen. Jetzt hab ich gerade durch den Typen in den Schwerg getriggert. Oh, nein, doch nicht. Okay, wir sind leise. Wir sind leise. Doch nicht. Die Frage ist, wir könnten stärker auf 50 machen und vielleicht geschick auf 40. Und da brauchen wir eigentlich bloß eine Kondition und so skillen. Weil wir spielen mit Breitschwertern. Also wir spielen mit Einhandschwertern. Die... Na, sag schnell. Die... Sind simpel. Ich brauche nicht viel. Außer müsste ich das eine... Ich müsste die Breitschwerter auch mal weiter verbessern. Ist vielleicht auch nie eine Idee, ne? Hä? Dann würde man auch mehr Schaden machen, wenn man sie mal verbessern würde. So, nebenbei mal wenig. So als kleiner Teaser. Man macht mehr Schaden, wenn man diese verbessert, die Waffen. Kommst du da nicht durch? Oh. Jetzt kommst du da durch. Ich bin kein Fan von der Mütze, von dem Schwerpypen. Ich würde doch gern gegen den mit der Kolde auf. Ich würde doch eigentlich gern mit der Kolde aufhalten. Wenn er das richtig... Ja, okay. Dreh dich halt um. Ist okay. Dreh dich halt um. Die wechseln sich immer ab. Bin ich auch gegen. Was? Noch einen dritten Schlag? Nein. Okay. Ein bisschen Ausdauer übrig lassen gegen ihn. Das kann dauernd auch falsch. Das ist ja quasi eigentlich ein zweiter Bus. Nice. Wird zu viel geschreckt. Au. Das hätte ich jetzt nicht tun dürfen. Ja. Okay. Aua. Heißt das noch? Locker. Das hätte ich jetzt nicht... Das hätte ich vermeiden können. Das hätte ich nicht tun können. Komm schon. Wie? Wow. Das ist... Äh... Ja. Cool. Ich überlege gerade, was im Original Darksatz da unten war. Also Darksatz 2 halt. Aua. Cool. Danke. Nice. Kann ich bestellen wie ganz... Ich kann den auch eigentlich bis 10 mal töten und dann habe ich hier oben Ruhe. Aber sehr lehm. Sehr lahme. Kein Problemspiel. Gut, dass hier das Leuchtfeuer in der Nähe ist. Ich wette mir, die Sünderin ist wieder easy, weißt du? Weil an die erinnere ich mich noch so ganz gut eigentlich. Okay. Da haben wir das auch geschafft. Und hier erinnere ich mich tatsächlich noch so ein bisschen an die Sünderin. Also müsste ich Darksatz 2 eh mehrmals spielen, weil ich die Charakter-Stories verkacke. Aua. Weil ich immer die Charakter-Story verkacke von den Leuten. Ich bin im Übrigen Darksatz 2 auf 100% zu spielen, wenn es keine Multiplayer-Trophys gibt. Ich komme dazu. Also zumindest das Darksatz 2. Darksatz 3 spiele ich ja nicht auf 100% wegen diesen hässlichen Multiplayer-Trophys. Weil da müsste man so viel Zeit rein investieren in diese Scheiße. Das ist... Äh. Oh. Verzeihung. Finde ich doof. Finde ich haben sie Scheiße hier geregelt. Also was ich nämlich weiß, brauchen wir in Darksatz 2 nämlich keine Dings. Guck mal her, genau. Guck mal, wir wollen mal bitte die andere Seite. Drüben ist unser Fighting-Platz. Damit sich diese komische Typen da nicht auf den Sack legen. Nicht dieses Mal. Oh, nice. Natürlich trifft das. Cool, cool. Kann das Tüken denn? Dann ist so der Fehler, den ich begehe. Meine ganze Ausdauer verklemmten. Das war jetzt Max Range. Das war Max Range. Drehst du dich auch noch zu mir, ne? Du bist auch so ein Wichser, ey. Drehst du dich ja dann noch so nicht zu mir. Ja. Oh, definitiv ist mir eine Ausdauer hier ein Problem, ey. Not even close. Der Typ wieder mal mit seinen Coin zuschlagen, stattst du jetzt die ganze Zeit. Ach, jetzt auf einmal sowas. Aha. Nice, sehr gut. Okay, er ist tot. Oh. Alter. Auf einmal, dass er nicht respawns. Genau. Hier hinten lag noch was, nämlich. Was gibt's denn hier? Große Seele. Nice, nice. Nein. Aus. Okay, wir sind aus dem Wasser raus. Sehr schön. Hier sind nämlich noch ein paar Zellen, die wir erforschen können. Hallo. Einfach mal reingehen und einfach so reingehen hier. Hallo. Schöner Lichtback. Ich höre hier etwas mit Ketten, das gefällt mir nicht. Ich muss eigentlich da unten lang, ne? Hm. Das gefällt mir auch nicht, dass ich da unten lang muss. Du kannst bitte gehen. Ist auch nicht. Ist hier was? Oh. Da ist ein Heideritter. Ich hätte dich gerne. Aber alles ist verschlossen. Ich hätte ihn gerne, weil da ist wahrscheinlich sein Schwert drin. Ja, die sind hier ein bisschen gemein damit. Da stecken sie sich nämlich auch im Wasser. Die Reiche liegt da schön. Da hinten liegt noch was. Was liegt da hinten? Ein Fahrer aus Wahrheitsversteckten. Nein. Oder Fahrer aus heißt es ja. Fahrer aus heißt es nicht Fahrer aus. Das ist ein Fahrer aus Wahrheitsversteckte. Das ist schön. Die können wir tatsächlich gebrauchen. Können wir von hier die Türen öffnen? Nein. Wir brauchen erst einen Schlüssel. Okay. Da sind wir jetzt bei der Sünderin angekommen. Da hinten ist sie. Bitte hier nicht ins Wasser gehen, sondern seid ihr tot. Hä? Ich spreche aus Erfahrung. Munkelt man. Schön unter Lebensstein. Okay. Ich denke mal zwei erstes sollten genug sein. Außer wir kriegen jetzt noch einen Shortcut. Außer wir treffen jetzt auf irgendjemanden, den man nicht treffen sollte. Alles verschlossen. Mir fehlt ein Schlüssel. Ist das auch verschlossen? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns menschlich. Ich glaube, wir müssten irgendwo hier ein Beschwörungssymbol haben. Oder war das da hinten? Wir sollten eigentlich für die Sünderin ein Beschwörungssymbol haben. Irgendwo. Also ich muss Luke-Kartier nochmal antreffen. Ich bezweifle ich aber ein bisschen. Moment. Weil ich würde gerne ihre Story nämlich machen. Deswegen. Aber ich glaube, ob das nicht so war. Vielen Dank.